Heimat Heimat, sagt man, ist dort, wo man eine Vergangenheit, eine Familie hat. Vor zwölf Jahren kam ich in die Schweiz. Ich fühlte mich wie in einem Theater. Und meine Rolle war jener der Zuschauerin. Gleus wusste, was er sein möchte. Bauer! Für diese Verwandtschaft fährt schon 150 Jahre hier rein. Das kann man gar nicht beschreiben. Ich hatte eine grosse Sehnsucht nach dieser Zugehörigkeit. Ich lebte zwischen zwei Welten und wusste nicht genau, zu welchen ich dazugehöre. Ich denke, wenn ich wieder zurückkomme, dann muss ich wieder zurückkomme. Das ist kein Problem. Mach da etwas. Das ist kein Problem. Rosina! Was ist kein Problem? Das war's. Ich bin in der ligger. Boah, auf den Krieg in den Krieg. Ich bin in der Mitte Kiste.